1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Wir machen heute Nacht ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Aber ich will versuchen, oder wir wollen versuchen, heute Nacht nur mit Millionären zu sprechen. Das Thema heißt, ich schwimme im Geld. Folglich möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die richtig viel Kohle haben. Ich würde gerne mit ihnen darüber sprechen, wie sie sich dabei fühlen. Es gibt ja auch sehr viele reiche Leute, die auch ganz andere Sorgen haben als vielleicht arme Leute und sich eben deshalb auch nicht so wohl fühlen. Geld bringt ja vielleicht auch Probleme mit sich. Wenn wir die Sendung nicht vollkriegen mit Millionären, machen wir die Sendung einfach auf und machen einen freien, offenen Themenabend. Aber wir versuchen das mal. Ich schwimme im Geld. Ich schwimme im Geld. So heißt unser Thema. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sehr viel Geld haben. Entweder sehr viel Geld verdient haben oder vielleicht sehr viel Geld geerbt haben. Einfach sich finanziell überhaupt gar keine Sorgen machen müssen. Das Gespräch findet natürlich hier vollkommen anonym statt und ihr oder sie oder wer auch immer anruft, können natürlich sicher sein, dass mit euren Daten oder der Telefonnummer nichts geschieht. Die Sachen werden sofort wieder gelöscht und vernichtet nach dieser Sendung. 0800-220-5050 oder domian.de. Ich schwimme im Geld. Unser Thema. Und ich bin sehr gespannt auf den ersten Anruf. Auf Stefan. Und Stefan ist 20 Jahre alt. Hallo Stefan. Hallo Domian. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. 20 Jahre sehe ich hier. Richtig. Und du sagst, du schwimmst im Geld? In gewisser Weise. Also über meine Eltern. Ja. Meine Eltern sind eine Arztfamilie. Eine Arztfamilie. Arztfamilie. Ja, die haben bisweilen Geld. Genug. Also sie haben sich jetzt einen Alterswohnsitz, also ein altes Klostergelände auf dem Berg in Italien gekauft, dass sie jetzt renovieren, eine alte Ruine und sich so ein Haus daneben bauen, Marmor und alles mögliche hier drin. Ja. Und ich bin halt Punk und im Mai rausgeflogen von zu Hause. Aha. Und weil ich halt nicht in dieses Ansehen der Familie im konservativen Dorf passte. Verstehe. Also ist die Mutter und der Vater Arzt? Ja. Ja. Und auch noch praktizierend? Richtig. Allgemeinmediziner. Ja. In der eigenen Praxis? Richtig. Ja. Und eine offensichtlich oder in gut gehenden Praxen. Offensichtlich. Ja, anscheinend. Also haben die zusammen eine Gemeinschaftspraxis oder hat jeder eine für sich? Ne, die haben eine eigene zusammen. Also eine Gemeinschaftspraxis. Richtig. Ja. Du sagst, die haben sich ein Anwesen, ein Kloster in den Bergen gekauft? Ja, es ist eine alte, also es ist in Italien so ein, in Süditalien ist so ein Berg halt, da war eine Klosterruine ist ja drauf. Die haben sich halt gekauft und obwohl es ein Naturschutzgebiet ist, dürfen die das sogar jetzt renovieren und sich ein eigenes Ding da hinbauen mit Säulen und allem möglichen. Ich höre eine gewisse Kritik aus dem Sohn des Mundes. Also ich habe da nicht viel von, also keine Ahnung, also ich habe auch früher, also die waren immer geizig zu mir, weil ich irgendwie mit Geld umgehen wollte, lernen, keine Ahnung. Und ich habe halt vor ein paar Jahren schon erfahren, dass ich halt auf meinen Namen einen Anlagenfonds halt laufen habe. Wie hoch? Und der liegt zur Zeit bei 250.000 Euro. 250.000 Euro. Jetzt muss ich nochmal fragen zu dir. 250.000 Euro. 250.000 Euro. Ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Lass mich nochmal zu der Klosterruine fragen. Weckt gleich sehr interessierte Fantasien bei mir. Weißt du, was die dafür bezahlt haben, deine Eltern? Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Also es ist ein paar Jahre her. Ja. So, jetzt bist du, du bist Punk. Du entsprichst nicht den Vorstellungen deiner konservativen, offensichtlich sehr reichen Eltern. Richtig. Und bist raus von zu Hause. Richtig. Also ich pendle zur Zeit von Freundin zu Freundin oder Kollege zu Kollege. Am 1.11. habe ich es geschafft, meine eigene Wohnung zu haben, weil ich halt Unterhalt von meinen Eltern eingeklagt habe. Ah, das dann doch. Den müssen sie halt zahlen. Ja. Und, ähm. Nun könntest du als Punk ja auch auf dem Standpunkt stehen, ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Ich will auch nicht die Kohle von denen. Ich finanziere mir mein Geld und mein Leben, mein Leben selbst. Richtig. Aber diesen Unterhalt brauche ich halt, um überhaupt erstmal einen Standpunkt zu kriegen. Mhm. Ähm. Ich habe, äh, heute war ich noch bei denen und musste halt ein paar Unterschriften leisten, weil dieser Fond halt auf meinen Namen läuft. Mhm. Und den jetzt von einer Firma auf eine andere Firma über, ähm, wie nennt man das, verschieben, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Und da das nur mit meiner Vollmacht geht, weil ich auf dieses Konto einfach zugreifen könnte. Ja. Ähm, wird das halt umgeschichtet auf ein anderes Konto und dazu musste ich halt meine Vollmacht geben, weil da mehr Zinsen gibt und keine Ahnung. Ah, das heißt, dieser Fond im Werte von 250.000 Euro, den deine Eltern für dich angelegt haben, Richtig. Der gehört dir nach wie vor. Die haben dich nicht aus Zorn, dass du abgehauen bist, äh, die haben dich nicht enterbt. Ne, haben sie nicht. Ähm, die haben mich ja auch rausgeschmissen. Ah ja. Mhm. Aber, na gut, dann könnte man ja sagen, die haben ihn rausgeschmissen und die ziehen auch alle Gelder zurück. Das tun sie nicht. Ne. Offensichtlich. Können sie auch gar nicht, weil es auf meinen Namen läuft. Da müsste ich schon meine Unterschrift für leisten, weil ich jetzt vorherig bin. Ach so. Ach so. Das heißt, diese 250.000 Euro, ja, hast du jetzt Zugriff oder das habe ich gerade nicht verstanden? Ähm, ich könnte, ähm, ich weiß ja, also morgen wird das abgegeben, dann wird umgeschichtet, also nächste Woche könnte ich zur Bank gehen, zu dieser Gesellschaft und stumpf das Geld abheben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und dann hast du trotzdem noch geklagt, dass du, äh, dass deine Eltern dir Unterhalt zahlen? Ja, weil, ähm, ich sehe es ja nicht ein. Also die meinten halt, ja, wir zahlen dir dann, äh, da wusste ich noch nicht genau, dass das genau auf meinen Namen läuft, nicht zugreifen könnte. Ach so. Und, ähm, da ich überhaupt durchkomme, sie wollten mir halt irgendwie 300 Euro oder 400 Euro zahlen, dann müsste ich halt Wohnung finanzieren, alles mögliche, was ich bräuchte. Und das geht nicht. Und 640 Euro war halt Pflichtteil und da haben wir uns jetzt auf 600 per Anwalt geeinigt. Und den kriege ich halt weiter. Aber wie hast du denn als, als, als Punk, der eigentlich dann nichts in der Tasche hat, dir einen Anwalt, äh, organisiert und finanziert? Ja, das ist das Einfachste, was überhaupt geht. Also wenn man, ähm, Beschuldigter ist, in einem bestimmten Verfahren oder eine Klage, wie zum Beispiel Unterhalt hat, kann man einfach zum Amtsgericht gehen, sagen, hey, ich hab kein Geld hier, seht ihr, ich hab keine Konten, ich hab dies nicht, ich hab keine Grundlagen, wovon ich das finanzieren könnte, zahlt man 10 Euro, kriegt einen Beratungsschein, kann zum Anwalt gehen, der macht dann alles. Ich merke schon, ich merke schon, dass du dich da gut informiert hast und, äh, pfiffig das dann auch umgesetzt hast. Ja, ich hab beim Anwalt mal ein Praktikum gemacht. Also, das zahlt sich ja gleich wieder aus. Äh, wie viel haben deine Eltern dir dann zahlen müssen, 600 Euro oder was hast du? Ja, 600 Euro krieg ich jeden Monat überwiesen. Kriegst jeden Monat überwiesen. Jetzt auch weiterhin, nachdem du an diese dicke Kohle kommst? Ähm, ich könnte drauf zugreifen, aber die müssen erstmal zahlen. Es ist so, dass ich aber gar nicht auf diese Kohle zugreifen möchte. Auf die 250.000 Euro? Möchte ich nicht. Warum nicht? Ähm, weil ich kann damit nichts anfangen, ehrlich gesagt, von meiner Einstellung her, weil, ja, weiß nicht, andere Leute haben auch weniger und, äh, kommen trotzdem gut klar. Und gerade die reichen Leute, finde ich persönlich, haben weniger Freunde oder gute Freunde als, äh, wirklich ärmere Leute, weil das meiste auf Geld fixiert ist. Verstehe, ja, da gebe ich dir völlig recht. Aber da müsstest du konsequent sein. Da müsstest du sagen, okay, ich verzichte drauf, ich spende diese 250.000 Euro irgendwie für eine, für eine richtig gute Sache, hinter der ich auch stehe. Ja, das will ich auch tun. Das willst du tun. Allerdings nicht so, dass, allerdings nicht so, dass ich einer irgendeiner Firma zukommen lasse, die da sich, Entschuldigung, um irgendwelche Sachen kümmert, sondern ich würde dann persönlich mit dem Geld in eine Region fahren und selber irgendwas aufbauen oder helfen wollen, weil bei jeder Hilfsorganisation genug Verwaltungskosten anfallen und dies und jenes anfällt und dann nicht komplett das Geld zu verdienen. Sehr ehrenwert, aber das ist ja richtig viel Arbeit, wenn du dieses Geld in die eigene Hand nimmst und dann, weiß ich jetzt, in irgendwelche Krisenregionen fährst, alleine eigenständig und es davor auch dann, äh, verteilst. Ja, wie, weiß ich auch nicht, aber ich habe mir das so als Ziel gesetzt, irgendwo. Ja, aber vielleicht musst du gar nicht groß in die Fahnen schweifen. Ich meine, es gibt ja auch bei uns in Deutschland genügend arme Menschen und Institutionen oder Organisationen, die durchaus solide sind und gut sind, die man unterstützen könnte, sollte, müsste, wenn man so viel Geld hat und wenn man es loswerden will. Ich glaube, da muss man auch gut recherchieren und sich schlau machen. Ja, ich weiß auch nicht, wem ich nicht da vertrauen kann und wem ich nicht. Man hat ja letztens gehört, da wurde wieder irgendeine Organisation, glaube ich, Unfallhilfe oder wie das hieß, irgendwie hochgenommen, die alles nur selbst gewirtschaftet hat. Aber interessant ist ja, dass du, ganz ehrlich, du bist festgeschlossen, dieses Geld nicht für dich zu benutzen. Richtig. Das heißt, diese 250, auch nicht 50.000 Euro, sondern das gesamte Geld planst du jetzt über kurz oder lang irgendwie für einen guten Zweck aus deinen Händen zu geben. Richtig. Also, wenn überhaupt, würde ich das Geld halt irgendwie ein paar Tausend Euro für Möbel und keine Ahnung was benutzen, vielleicht 5.000 Euro, sage ich jetzt mal. Also, wenn du das tust, ziehe ich meinen Hut, den ich jetzt gerade nicht aufhabe, den ziehe ich aber wirklich, symbolisch, wirklich. Aber du musst es auch erstmal machen, dann ist der Respekt perfekt hinterher. Im Moment sind es ja noch Überlegungen, es ist ja noch nicht so ganz klar. Klar. Also, ich denke aber auf jeden Fall darüber nach. Ja, jetzt nochmal kurz zum Verhältnis zu deinen Eltern, Verhältnis zu deinen Eltern und du. Seid ihr sehr, sehr verspannt miteinander oder gar richtig zerstritten oder wie läuft das? Ja, mit meinem Vater geht es, also den habe ich heute noch gesehen, aber meine Mutter, ich wollte sie begrüßen und in den Arm nehmen, dann meinte sie nur, geh weg und lass es. Bist du Einzelkind? Ich bin Erster von dreien. Erster von dreien. Und die anderen? Und alle haben solche Fonds. Alle haben solche Fonds. Und die anderen gehen auch so aus dem Ruder wie du oder? Ne, die passen sich eher an. Dann bist du das schwarze Schaf der Familie. Richtig. Wann hast du bis 20 jetzt, sagte ich gerade vorhin, wann hast du denn angefangen so auf Opposition zu deinen Eltern zu gehen? Wie alt warst du da? Kann ich gar nicht sagen. Also es war schon nach 5. und 6. Klasse, dass sie zu Psychiater von denen geschickt wurde, weil ich halt einfach nicht in irgendwie deren Klischee passte oder mich einfach nicht angepasst habe. Dann kennst du ja das Leben von so konservativen, sehr reichen Leuten sehr gut. Du entstammst dem, ja. Entstammst dem, ja. Was würdest du sagen, was widert dich am meisten an? Wie, was bietet sich am meisten an? Nein, was widert dich am meisten an? Ach so, widert. Ja, was hat dich am meisten abgestoßen? Oder was, wo du sagst, dass du das überhaupt nicht meinst. Das finde ich fürchterlich. Schwer zu sagen. Also extrem angepisst hat mich die Sache mit diesem gekauften Klosterruinchen da. Also das hat mich richtig angepisst, weil wer braucht sowas? Und keine Ahnung, also oder auch mehrere Autos und wirklich ein großes Haus mit Räumen, die riesengroß sind, wo man gar nicht alles benutzen kann. Und ein riesengroßer Fernsehen und sowas, das brauchte ich alles nie. Also ich bin immer gut ohne zurechtgekommen. Ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel richtig glücklich, wo ich nicht mehr zu Hause wohne. Ja, ja. So, jetzt aber noch ein Wort zu deiner Zukunft. Okay, du willst die Kohle verteilen, aber davon kann man dann ja auch nicht leben. Und irgendwann werden die Zahlungen von deinen Eltern auch aufhören. Und konsequenterweise müsstest du das dann auch sagen. Dann müsstest du sagen, ich will auch nicht Kohle von Leuten, die so leben und ihr Geld so verdienen. Was planst du für dein Leben? Was möchtest du machen? Ich mache die Zeit in einem Punk-Store, also in einem Punk-Laden, ein Jahrespraktikum. Ja. Und kann danach eine Ausbildung machen. Ja. Und dadurch hätte ich mein volles Abitur, weil ich halt nach der 12. Klasse mein Fachabitur, schulischen Teil, gemacht habe. Ah ja. Durch die Ausbildung hätte ich halt mein volles Abitur und könnte studieren gehen und möchte dann soziale Arbeit und Sozialpädagogik studieren. Ah ja, okay. Das ist ja ein klarer Plan und ein gutes Vorhaben. Ja. Stefan, danke für den Anrufen, alles Gute. Und vor allen Dingen habe ich ein gutes Händchen für das Geldverteilen. Ja, und kann ich doch fragen, ob wir vielleicht zwei Autogramme kriegen könnten, also die, wo ich zurzeit wohne und ich. Ja klar, legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay. Danke dir. Ciao. So, meine Lieben. Unser Thema heißt, ich schwimme im Geld. Und ich möchte gerne mit Leuten, das war ja gerade schon der erste Versuch bei Stefan, das hat ja schon ganz gut geklappt, mit Leuten reden, die viel Kohle haben, die wirklich sehr viel Geld haben. Ich bin mal so vermessen und sage, ich möchte gerne mit oder hauptsächlich mit Millionären sprechen, die sehr viel Geld verdient haben, die sehr viel Geld vielleicht geerbt haben oder sehr viel Geld gewonnen haben, mit dem Geld glücklich sind oder mit dem Geld unglücklich sind, die uns einfach mal so ein bisschen was aus dieser Welt erzählen können, die die meisten Menschen gar nicht kennen oder nur aus der Zeitung kennen. Da liest man immer, dass die in Saus und Brau stehen, wie wir gerade schon gehört haben, in tollen Häusern und vielen Autos, aber da gibt es sicher auch Schattenseiten. Auch darüber würde ich gerne mit euch reden. 0800 220 50 50 oder melden wir unter domian.wdr.de. Weiter geht es mit Oliver und Oliver ist 33 Jahre alt. Hallo Oliver. Hallo Domian, grüß dich. Erstmal Kompliment für deine Sendung. Dankeschön, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie so oft es geht und ich finde die richtig klasse. Das ist ja nett, dass du es sagst. Bist du ein Millionär? Nein, 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 ich könnte heute ein Millionär sein, ja, aber ich bin es nicht. Du könntest einer sein. Wie viel könntest du einer sein? Ja, und zwar habe ich, ich habe vor zehn Jahren einen älteren Mann kennengelernt. Der hat mich auf einem Supermarktparkplatz angesprochen und kam mir erst ein bisschen blöd vor. Der kam an, ja, sie kommen mir so bekannt vor, sie sehen meinem jüngeren Sohn sehr ähnlich. Und ich denke, was ist das denn für eine Anmache? Was ist das für eine Anmache? Ja, richtig. Und ich habe auch erst gedacht, naja, vielleicht sucht er irgendwie, was weiß ich. Ja, und dann meinte er, ob ich mal fünf Minuten Zeit hätte und er wollte mich mal zum Kaffee einladen. Ach, wie viel älter war der Mann, warst du? Der war damals zu dem Zeitpunkt, das wusste ich da ja noch nicht, aber 77. 77. Und ich denke mir, gehst du mal mit, mal so gucken. Ich habe da also keine Ambitionen, aber gehst du mal mit. Und dann hat er mir ein Foto gezeigt von seinem Sohn und wir hätten tatsächlich Zwillingsbrüder sein können. Also das war mir wirklich sehr ähnlich. Dann ist er aber auch sehr Spätvater geworden, wenn der damals schon 77 war, der Mann. Nein, nein, mein Sohn war verstorben. Das habe ich aber zu dem, das habe ich erst später erfahren. Achso, achso. Und darum hat er mich auch hauptsächlich angesprochen, weil wenn er noch gelebt hätte, hätte das ja keinen Sinn gemacht. Ja, erzähl mal weiter. Na ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten und ja, und dann hat sich daraus, hat sich eigentlich im Laufe der Zeit eine richtig gute Freundschaft entwickelt. Er hat mir dann seine Adresse gegeben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass er Geld hat, dass er reich ist. Ich war ja schon ganz froh, dass das Motiv keins war, was ich jetzt erst befürchtet hatte. Da denkt man natürlich im ersten Moment dran. Ja, genau. Ich habe da nichts gegen, aber ich habe da keinerlei Ambitionen in die Richtung. Ja, ja. Völlig in Ordnung. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich einen Besuch des Öfteren und dann Wie lebte er denn? War er noch verheiratet? Hatte er noch eine Frau? Nein, nein, nein. Seine Frau war verstorben. Sein jüngerer Sohn war verstorben. Es lebte nur noch sein älterer Sohn, aber zudem hatte er keinerlei Kontakt mehr. Wie lebte er denn in einem Haus, in einer Wohnung? Eigentlich ein ganz normaler Bungalow. Das sah jetzt auch nicht aus. Man sah, dass es ein bisschen was Besseres war, aber man hätte jetzt daraus nicht schließen können, dass er mehrfacher Millionär war. Aber das ist doch merkwürdig. Der spricht dich da an und ihr unterhaltet euch und trinkt Kaffee miteinander und du merkst währenddessen, dass der ganz nett ist. Ja. Aber eine Skepsis bleibt ja doch noch übrig. Du bist dennoch dann irgendwann in sein Haus gegangen und hast ihn besucht. Ja, ja. Warum? Weil er mir sympathisch war. Weil er mir sympathisch war. Und er machte auf mich auch irgendwie so ein bisschen so einen melancholischen, so ein bisschen traurigen Eindruck. Ja. Er hat da wohl wirklich sehr drunter gelitten. Ja. Und, und, ich weiß nicht, irgendwie hatten wir auch irgendwie so ein Draht zueinander. Ja. So, dann hat sich dann wirklich so eine, eine, ja, Freundschaft. Ja, kann man das freuen? Ja, das war fast eine väterliche Freundschaft. Vater-Sohn-Verhältnis, so was. Ja, ja, so kann man das, kann man das locker sagen. Wie lange hat diese, diese Freundschaft, diese Verbindung angehalten? Bis zu seinem Tod. Zwei Jahre später. Zwei Jahre später. Und da ist dann eben noch passiert, kurz vorher, was mich eigentlich bewogen hat, zu diesem Thema anzurufen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich hab dann auch, wie gesagt, er hat mir dann auch seine Lebensgeschichte erzählt. Ja. Dass er mit einer Möbelfirma sehr viel Geld verdient hat und durch den Verkauf der Firma eben noch mal Geld verdient hat. Mhm. Und, ähm, dann, er war auch sehr einsam. Er hat sein Geld im Grunde genommen als Fluch angesehen, weil er gesagt hat, ähm, dass sämtliche Leute, mit denen er Kontakt hat, die er kennenlernt, alle irgendwo mit einem Auge nur auf sein Geld schielen. Und er nie so ganz sicher sein kann, ob die Leute jetzt seinetwegen mit ihm Kontakt haben wollen oder ob sie... Die alte Frage. Genau. Richtig, ja. Und, ähm, dann hat er mich sechs Wochen vor seinem Tod überrascht mit einem handgeschriebenen Testament, in dem er mich als Haupterbe eingesetzt hat. Ach. Wusstest du zu der Zeit, wie vermögend er war? Äh, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich das. Nämlich? Wie viel? Und wie viel? Es waren knapp, also nach heutiger Rechnung, knapp sechs Millionen Euro. Sechs Millionen? Elf Komma neun Millionen D-Mark. Ähm, und, äh, er hatte mich als Haupterbe eingesetzt, in diesem handschriftlichen Testament. Und, ähm, ich hab aber irgendwo im Hinterkopf das Gefühl gehabt, dass das ein Test war. Dass er testen wollte, ob ich jetzt das jubelschreiend annehme, oder ob ich sage, nee, 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 das wollen wir nicht. Weil er hat mir auch während der ganzen Zeit nicht irgendwie was zugesteckt oder Geschenke gemacht oder sowas. Ich hätte es auch nicht genommen. Wie oft, bevor du es weitererzählst, wie oft habt ihr euch immer so gesehen? Einmal... Fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Ja, ja. Und dann gab es dann auch genug Gesprächsstoff, dass man sich gut unterhalten konnte? Ja, dann haben wir auch mal was gemeinsam unternommen. Wir sind dann mal Kaffee trinken gegangen oder einkaufen oder so. Aber er hat nie jetzt irgendwie mich ausgehalten oder unterhalten oder so. Das hätte ich auch nicht angenommen. Das wusste er aber auch. So, jetzt zeigt er dir sein Testament, handschriftlich. Wo es um sechs Millionen Euro, was ist ja eine Zahl, die ist ja unglaublich. Ja. So, und da? Wie hast du reagiert? Ich hab's abgelehnt, weil ich, wie gesagt, es als Test angesehen habe. Ja. Und weil ich nicht das Erbe antreten wollte, dass mich sein Geld anschließend auch noch unglücklich macht. Wie hat er darauf reagiert, dass du abgelehnt hast? Eigentlich ganz gelassen. Eigentlich ganz gelassen. War es wirklich ein Test oder meinte er es ernst? Ich hab's nie erfahren. Ich hab's nie erfahren. Das heißt, er hat es dir dann wirklich nicht vermacht, das Geld? Nein, nein. Gar nichts vermacht? Nein, er hat mir gar nichts vermacht. Ich hätte es auch nicht genommen. Ich hab dann im Gegensatz, weil sein Sohn, wie gesagt, sein jüngerer Sohn war ja verstorben an Neukämie. Und er hat sehr darunter gelitten. Ich hab ihm dann vorgeschlagen, anstatt einen Menschen mit diesem Geld zu glücken oder glücklich zu machen, viele Menschen damit glücklich zu machen. Und hab ihm vorgeschlagen, das Geld doch in einer Stiftung anzulegen. Die Stiftung hätte auch seinen Namen tragen können. Ja. Und die Stiftung hätte dann eben krebskranken Menschen gut bekommen können. Ja, eine gute Idee, ja. Und hat er das gemacht? Er war interessiert. Also die Idee hat ihm sehr gut gefallen. Hat er es denn auch gemacht hinterher? Ja, wir sind zusammen zu einem Notar gegangen. Er hat sich informiert über die ganzen Bürokratismen, die da dran hängen. Es ist sehr kompliziert, eine Stiftung zu gründen. Richtig, genau. Er hat sich da beraten lassen, hat diesen Notar aber keinen Auftrag geteilt. Und wo ist das Geld dann letztendlich hingeflossen? Ja, darauf will ich jetzt kommen. Das ist sehr traurig gelaufen am Ende. Und er ist dann kurz darauf relativ plötzlich verstorben. Und weil ja kein Testament vorhanden war, er hat das Testament, dieses Handgriffliche, was er mir gezeigt hat, er vernichtet. Da habe ich aber auch drauf gestanden. Und es war kein weiteres Testament vorhanden. Also ist sein älterer Sohn automatisch dann die Erfolge eingetreten. Hör mal, also wenn das jetzt so unsere Zuhörer sich durch den Kopf gehen lassen, da werden sich ja viele denken, ist der aber hart und klar drauf, der Oliver? Ja, weil... Dass er sowas sich... Ich meine, wenn er dir jetzt sagen wir mal 50.000 Euro vermacht hätte, das wäre ja auch schon eine tolle Summe gewesen. Hättest du die auch nicht genommen? Nein, weil Geld macht es nicht glücklich. Natürlich nicht, aber es ist so ein Spruch, natürlich macht es nicht glücklich, aber es vereinfacht vieles. Nein, ich hätte von ihm lieber ein Andenken gehabt, was mich materiell an ihn erinnert hätte. Wie jetzt zum Beispiel ein gerahmtes Bild von ihm oder ähnliches. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Traurigsten der ganzen Geschichte. Sein älterer Sohn, der hat natürlich sofort das Erbe an sich gerissen. Es gab dann auch noch eine Gerichtsverhandlung, weil ich versucht habe noch, seinen Willen durchzusetzen, der ja nicht schriftlich fixiert war. Und der Notar, der ihn beraten hat in Bezug auf die Gründung dieser Stiftung, hat vor Gericht seinen Sohn vertreten und vor Gericht ausgesagt, dass er nie mit ihm gesprochen hätte über eine Stiftung und dass er von nichts wüsste. Das ist der Oberhammer. Und sein Sohn hat dann, wie gesagt, das gesamte Erbe liquidiert. Der hat aber auch wirklich nichts behalten. Der hat sämtliche Fotoalben vernichtet, alles vernichtet und alles, was nur zu Geld zu machen war, zu Geld gemacht. Und hat noch nicht mal den letzten Willen seines Vaters respektiert, im Familiengrab beerdigt zu werden. Er hat seinen Vater auf einem anonymen Umfeld beisetzen lassen und wirklich das Billigste vom Billigsten. Das heißt, du hast auch überhaupt gar kein Andenken von diesem alten Herrn? Nein. Gar nicht? Ich habe nur meine Erinnerung an. Gab es irgendwann in den letzten Jahren, das Ganze liegt zehn Jahre zurück, ne? Ja, ja. Irgendwann mal eine Zeit, wo du doch gezweifelt hast, ob du dich richtig verhalten hast? Ja, aber nicht, weil ich mich jetzt für Geld persönlich hätte bereichern wollen. Ich würde heute anders reagieren. Ich hätte das Testament angenommen und hätte heute seinen Willen insofern umgesetzt, dass ich quasi an seiner Stelle dieses Jahr schon gegründet hätte. Was machst du vom Beruf? Ja, zurzeit bin ich arbeitslos. Das ist wirklich verrückt, ja. Aber auch dir Respekt, wirklich Respekt vor so einer, wenn es denn alles so wirklich gelaufen ist und ich habe keinen Zweifel daran, wenn jemand so eine klare Haltung hat, das ist schon sehr ungewöhnlich und sehr selten. Ich würde sagen, 98 Prozent aller Leute hätten das Erbe genommen. Das hängt mit der Person zusammen, denke ich mal, weil uns hat eine ganz besondere Beziehung verbunden. Du sprichst, ich mag das auch, wie du so drüber sprichst, du sprichst mit großem Respekt von ihm. Ja, ja, also ich trauere auch immer noch sehr um ihn. Ja. Und, also wie gesagt, aus heutiger Sicht würde ich anders reagieren, aus heutiger Sicht hätte ich das Testament angenommen und seinen letzten Willen durchgesetzt. Spielst du Lotto? Ich? Ja. Ganz selten nur, weil, wie gesagt, ich bin Arbeitslose, so sicher habe ich es im Moment nicht. Ich frage es deshalb, was würdest du tun, wenn du plötzlich jetzt durch so eine Lotterie ein paar Millionen gewinnen würdest? Was würdest du tun? Ich würde wahrscheinlich einen Teil des Geldes sicherlich für mich behalten und mich finanziell erstmal absichern. Wobei das nicht in erster Linie steht. Ich bin sicherlich, weil ich, wie gesagt, ich stehe auf dem Standpunkt Geld macht mich glücklich. Das ist schon klar. Aber das hättest du ja damals mit dem Geld auch machen können. Du hättest einen Teil für dich nehmen können. Ja, aber ich wusste ja nicht, ich wusste ja nicht, dass er so plötzlich stirbt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gemacht. Aber ich wollte, dass er diese Stiftung selbst noch erlebt. Dass er dieser Stiftung seinen Namen geben kann. Also, dass er dieser Stiftung auch ein Stück weit seinen Stempel aufdrücken kann. Ja, ist wirklich eine verrückte Geschichte. Und wenn du irgendwann mal so dein Leben Revue passieren lässt, ist das schon eine sehr wichtige Weichenstellung gewesen. Diese Situation, als das Testament da lag und du gesagt hast, nein. Dadurch ist dein Leben in eine ganz andere Richtung gelaufen. Ja, aber ich bereue es nicht. Oh ja, das ist natürlich oberwichtig. Wenn du gesagt hättest, ja, wer weiß, wo es dann hingelaufen wäre. Ja, Geld macht nicht glücklich, da hast du recht. Ich glaube auch, dass das Besitz und sehr viel Geld sehr viele Umstände, wenn nicht unter Umständen sogar sehr viel Unglück mit sich zieht. Ja. Oliver, danke für den Anruf. Alles Gute. Wünsche ich dir von Herzen. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Alles Gute weiterhin für deine Sendung. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich schwimme im Geld. Ich möchte mit Leuten reden, die im Geld schwimmen oder vielleicht beinahe geschwommen wären. So wie Oliver es gerade erzählt hat, die vielleicht geerbt haben, die vielleicht auch einen Lotto gewinnen oder einen großen Lotterie gewinnen haben, einstecken können oder die geschäftlich einfach irre viel Glück gehabt haben oder die damals, als die Aktien, als das Aktienfieber umging, nichts verloren haben, wie die meisten, sondern sehr viel gewonnen haben. Also 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian.wdr.de. Okay, jetzt bin ich verbunden mit, jetzt muss ich mal üben und testen hier, Karla Bokis, stimmt das? Hallo? Ja, Karla Bokis. Ja, genau. Ist das ein griechischer Name? Richtig. Karla Bokis, 33 Jahre alt. Ja. Schön, dass du da bist. Bitte? Ist doch schön, dass du da bist. Ja, danke. Es ist doch schön, dass ich bei dir mal reingekommen bin. Bist du ein reicher Mann? Ich war mal ein sehr reicher Mann, ja. Was ist passiert, dass du es nicht mehr bist? Äh, das ist eine sehr lange Geschichte und das größte Problem war, dass ich, als ich so viel Geld gehabt habe, drogenabhängig war. Oh, wie viel Geld hattest du? Tja, alles auf einmal hatte ich es eigentlich nie. Nur ich habe jeden Monat sehr viel Geld verdient, weil ich sehr jung selbstständig geworden bin durch meine Frau. Ja. Und wir hatten zwei sehr gut gehende Geschäfte und diese zwei Geschäfte haben im Monat ungefähr 40.000 Mark damals netto rausgespringen lassen. Ja. Was waren das für Geschäfte? Das waren Restaurants. Restaurants. Ah ja. Ja. Und das Problem war, ich bin einfach zu schnell an sehr viel Geld gekommen. Ja. Da hat sich dann eine ganze Menge Geld zusammen. Richtig. Geholft. Mhm. Und dann bist du abgerutscht in die Drogenszene? Ja, war ich eigentlich vorher auch, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Das war so zum Spaß. Ja. Wie man das jungliche Mann macht, man probiert das, man probiert das. Nur als damals dann ich geheiratet habe und diese Geschäfte dazu kamen und so viel Geld auf einmal bin ich dann richtig abgerutscht. Kannst du so grob sagen oder schätzen, wie hoch eigentlich so dein Vermögen war in der besten Zeit? Tja, ich kann dir nur so sagen, ich habe im Monat umgelogen um die 20.000, 25.000 nur an Drogen ausgegeben. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also dann ging das Vermögen, wenn man das schätzen würde, schon in die Hunderttausende, wenn nicht auch in eine Million. Richtig, richtig. Ja, ich würde mal sagen, wenn ich das alles zusammenrechne, was die zwei Geschäfte rausbringt gebracht haben und was ich für ein Minus gehabt habe nach zehn Jahren, ich habe im Moment so um die 300.000, 400.000 Euro aus Schulden und die Geschäfte liefen gut und einer wurde sogar verkauft und da ist sogar Geld geflossen und trotzdem habe ich ein Minus, dann kommt das in die Millionen, ja. Ja, das heißt, wenn du ordentlich gewirtschaftet hättest und nicht in die Drohung... Ja, dann wäre ich heutzutage ein Millionär auf jeden Fall. Aber wie gemachter Mann, ne? Richtig, sehr gut gemachter Mann. Ich vermute, du hast dann sehr teure Drogen konsumiert, auch Kokain, sowas. Ja, Kokain, ja. 20.000 D-Mark oder Euro? Ja, ich habe D-Mark, D-Mark waren das, ja. Danach waren das natürlich auch Euro, ja. Weil ich habe vor zwei Jahren aufgehört, als meine Scheidung durch war. Ja, das heißt, du hast nicht nur Schulden, du hast nicht nur eine kaputte Beziehung hinterlassen, sondern auch ein richtiges Drogenproblem da am Hals gehabt. Genau, sehr großes Drogenproblem. Und das Problem ist, das größte ist, dass ich zwei kleine Kinder hatte oder noch habe, Gott sei Dank. Und die haben mitgelitten und meine Frau hat mitgelitten und die wusste, dass so viel Geld reinkommt, die wusste nicht, wo das Geld hinkommt. Und zehn Jahre war einfach Lügen, 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 wo das Geld hingeht. Ach so, das Ganze ging zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang, ja. Hast du neben den Drogen auch noch sehr luxuriös gelebt? Hast du große Autos gefahren? Ja, richtig. Ich hatte immer die größten BMWs. Meine Frau hatte sehr schöne Autos. Wir sind eigentlich sehr viel gereist. Ich war aber, mein Problem war, dass alle meine Freunde durch mich gelebt haben. Egal wo wir waren, unter 2.000, 3.000 Mark ging nichts. Ja, also immer ausgegeben, eingeladen. Richtig. Wie viele Freunde von damals sind übrig geblieben? Gar keiner. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Was ja auch sehr hart und sehr schlimm ist, ne? Nein, das ist eigentlich für mich, sehe ich das so, dass das eine Lehre ist fürs Leben. Nur, wie gesagt, ich bereue eigentlich nur eins, dass ich durch diese Sache, durch dieses Geld, nicht meine Familie glücklich gemacht habe, sondern Freunde, die nicht richtige Freunde waren. Kannst du sagen, gab es einen bestimmten Punkt, wo dir klar wurde, jetzt geht es nicht mehr so weiter, ich muss mein Leben verändern? Gab es den? Nein, solange ich, meine Freundin mich noch nicht rausgeschmissen hat. Nein. Ich dachte, das Leben geht immer so weiter, egal was kam von den Banken. Die Banken sagten immer, die Läden funktionieren, wo ist das Geld, wo ist das Geld und ich musste irgendwie ausreden, finden immer wieder, immer mit den Banken sprechen, hin und der. Nein, ich habe mich damals für nichts interessiert eigentlich, ich lebe da auch in meiner Welt. Aber zum Schluss wurde es doch dann finanziell vermutlich immer enger, wenn du auch so viel Schulden hast, ne? Ja, sicher. Aber darüber sieht man dann wahrscheinlich hinweg, ne? Und denkt, das geht schon, es funktioniert, es wird schon wieder bergauf gehen irgendwann. Genau, genau. Man schiebt das immer vor sich hin. Die Banken, weil es waren ja, die Geschäfte liefen ja gut, man konnte immer wieder mit denen sprechen und die haben immer wieder Geld geschoben und immer wieder Geld geschoben. Und die Läden haben einfach immer überlebt, aber ich habe immer eigentlich davon sehr, sehr gut gelebt. Also was heißt gut, ich war eigentlich immer stoned. Also ist der Knackpunkt dadurch entstanden, dass deine Frau... Mich rausgeschmissen. Ja, da bist du wach geworden. Ja. Warst du in einer Therapie zum Drogenentzug? Meine Frau hat mich zweimal zu einer Therapie gebracht. In Wuppertal gibt es eine bestimmte Klinik. Ja. Nur das erste Mal sollte ich, da haben die mich nicht angenommen, weil die sagten, Kokain ist eine psychische Droge und es kann sein, dass ich einen Monat drin bleibe und danach wieder sofort anfange. Das zweite Mal gab es ein Programm, da musste ich jeden Morgen da anrufen, immer um 8 Uhr morgens und um in so eine Liste reinzukommen und wenn man einen Tag nicht anruft, dann fällt man zehn Plätze runter, bis man angenommen wird. Da habe ich nach einer Woche abgebrochen. Ich habe mich nicht mehr angerufen, weil für mich hat das ja nie aufgehört. Wie lange lebst du jetzt drogenfrei schon? Seitdem meine Frau mich rausgeschmissen hat. Wie lange ist das her? Das ist jetzt genau ein Jahr und acht Monate. Und wirklich unter uns beiden keinen Gramm Koks mehr angekommen? Ja, keinen Gramm Koks, nein. Hast du die ganzen zehn Jahre vorher gekokst? Ja, bis auf vielleicht vier Monate, wo mein erster Sohn geboren wurde. Auf wie viel Gramm bist du so in der Woche gekommen? Am Tag zehn. Boah, das ist unglaublich. Ja, ich habe aber geraucht, nicht gezogen. Ich wundere mich, dass wir uns noch so klar unterhalten können. Ja, ich wundere mich manchmal selber, dass ich das überlebt habe. Also, ich weiß es von Bekannten und habe gelesen zum Beispiel auch die, ich glaube, es war eine Biografie von Konstantin Wecker. Kennst du den? Den Künstler? Ja, den Sänger, ja. Gesänger, der auch sehr, sehr kokainabhängig war. Und der hat darüber geschrieben, ich glaube, ein Buch, ich habe es im Sternen gelesen, es wurde damals veröffentlicht. Schreiben, sagen die Leute, Konstantin Wecker hat das auch so beschrieben, dass man durch Höllen geht, um davon loszukommen. Psychisch davon loszukommen. Wie war es bei dir? Ja, wenn ich dir erzähle, was ich durchgemacht habe. Also, ich habe es auch viel gelesen und ich höre sehr oft über so drogenabhängige Leute. Also, ich kann sagen, ich habe jede Hölle durchgemacht und ich habe alles gesehen, was man sehen kann. Nur, ich danke Gott eigentlich und meiner Frau, dass sie mich rausgeschmissen hat, dass ich aus dieser Hölle rausgekommen bin. Und dass ich heute sagen kann, ich kann auch erleben, wie meine Kinder groß werden, weil das hätte ich nicht überlebt. Ist es denn so, dass du es dann quasi durch deinen eigenen Willen geschafft hast, davon loszukommen? Es ist einfach so, ich dachte, wenn ich aufhöre, weil ich mich meine Frau rausgeschmissen habe, spielt ja nicht mehr für mich eine Rolle Drohung, Geld, Geschäfte, sondern nur meine Familie. Und ich dachte, dadurch kann ich ja beweisen, dass ich stark genug bin, es zu schaffen und dass ich wieder zurückkomme. Also, leider ist es leider, das kommt nicht mehr. Siehst du dich noch gefährdet? Gefährdet? Man ist ein Leben lang gefährdet. Ich werde nie sagen, ich bin clean. Also, ich versuche jeden Tag aufs Neue zu sagen, ich nehme nichts. Ich vermeide jeden Kontakt mit Geschäften oder mit Leuten, mit denen ich damals zu tun hatte. Und dadurch, ich kann nie sagen, dass ich nie wieder was nehmen werde. Nur im Moment bin ich aus der Stadt, wo ich gewohnt habe, weg. Kompensierst du das mit irgendwelchen anderen Sachen? Trinkst du Alkohol? Nein, 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 das habe ich auch vorher nie. Was machst du jetzt? Du sagst, du bist aus der Stadt weg. Wie verbringst du jetzt deine Zeit? Was tust du in den Tag? Tja, ich versuche jetzt, wie gesagt, meine Frau, ich habe meiner Frau die Geschäfte überschrieben, das Geschäft, das eine, das übrig geblieben ist, habe ich überschrieben und ich bin zu meiner Mutter gezogen. Ah ja, und machst da erstmal nichts jetzt? Nein, nein, doch, doch, ich arbeite als Kellner wieder, ganz klein auf. Also ich bin jetzt ganz, ganz weit unten und versuche mir jetzt langsam, langsam, dass ich wieder hochkomme. Ich meine, du bist ja noch ein junger Kerl von 33. Du hast was Extremes schon hinter dir. Ja. Und bist durch die Hölle gegangen. Richtig. Das kann man so sagen. Ja. Du hast aber jetzt noch die Chance, mit dieser Riesenerfahrung im Hintergrund, die ja wirklich unter Umständen auch sehr wertvoll sein kann, nochmal ein neues Leben und vielleicht ein sehr erfolgreiches Leben aufzubauen. Sicher, nur wie gesagt, es ist sehr schwierig, wenn du einmal so gelebt hast. Natürlich. Ich meine, mit erfolgreich auch gar nicht unbedingt, dass es wieder so extrem viel Geld bringen muss, sondern einfach, dass du auch ein menschlich erfolgreiches Leben... Richtig, versuche ich ja auch. Ich versuche ja menschlich, irgendwo hinzukommen. Ich versuche für meine Kinder jetzt da zu sein, wenn die mühen, dass ich sie so oft sehe wie möglich. Nur das Problem ist, dass ich seelisch im Moment sehr kaputt bin. Ja, aber das ist ja auch klar. Nach zehn Jahren, was du da hinter dir hast, schafft man das nicht in einem Jahr alles wieder einigermaßen in eine Ruhestellung zu bringen. Das ist völlig klar. Aber immerhin, du bist seit einem Jahr weg davon. Du hast extrem viel Koks genommen, was vielen Menschen das Leben gekostet hätte übrigens auch. Ja, wenn du überlegst, ich bin 1973 und ich wog um die 50 Kilo. Ja. Wie viele sterben am Herzinfarkt oder im Gehirnschlag oder so, die Extremkokse. Also, eigentlich sind die Grundvoraussetzungen jetzt, was du geschildert hast, finde ich gut, nach vorne zu gucken, optimistisch zu sein. Du scheinst einen starken Willen zu haben. Ja, ich hätte es doch nicht geglaubt, dass ich es hier schaffe. Ja. Nur wie gesagt, wenn eine Familie dahinter steht und man will versuchen, irgendwas wenigstens für seine Kinder. Ja, ja, das ist eine tolle Motivation. Ja, dann klappt das. Ja. Ich drücke dir die Daumen und wünsche alles, alles Gute. Ich danke dir vielmals. Es ist so schön, dass ich mit dir geredet habe. Ich gebe es zurück. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt über das Thema im indirekten oder im direkten Sinne. Wir haben jetzt auch gerade indirekt drüber gesprochen. Ich schwimme im Geld oder ich schwamm meinem Geld. Ich hatte sehr viel Geld. Ich habe es vielleicht alles verpasst. Ich bin unglücklich mit sehr viel Geld oder ich habe ein Testament bekommen wie aus heiterem Himmel und stehe plötzlich da mit Hunderttausenden oder Millionen von Euro. Was auch immer. 0800 220 50 50 oder meld mir unter domian.atwdr.de. Hier ist Stefan und Stefan ist 37. Hallo Stefan. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Jetzt bin ich gespannt, wie das bei dir aussieht mit den Finanzen. Es sieht eigentlich recht geregelt aus seit einem guten Jahr. Ah, geregelt heißt ziemlich fett geregelt. Ja gut, das kommt darauf an, wie man es sieht. Darf ich fragen, wie hoch das Vermögen ist? Der Gewinn, ich habe also im Lotto gewonnen, der Gewinn ist 1,2 gewesen. Wow. Millionen. Wow, ein Lottogewinn. Genau. Wann war das? Das ist vor einem guten Jahr, also eigentlich genau vor einem Jahr. Ich denke ja schon, wir haben November bis Oktober letzten Jahres. Über 1 Million Euro im Lotto gewonnen. Genau. Das ist ja da, wovon alle Leute träumen. Ja, denke ich schon. Was hast du vorher gemacht? Ich mache im Prinzip dasselbe noch. Ja, was ist das? Ich bin selbstständig und spiele halt immer noch Lotto. Was heißt selbstständig? Was machst du? Ich mache Veranstaltungen. So Management, Organisationen. Genau. Ja. Also sehr viel Kreativarbeit, sage ich mal. Im Prinzip immer wieder was Neues. Das ist auch das Einzige, was mich so interessiert. Erzähl uns doch mal bitte, wie das geht. Da rätsel ich ja schon immer drüber. Wenn man so viel gewinnt. Man sieht, erstmal vergleicht man die Zahlen und sieht, dass man gut angekreuzt hat. Ja, das ist auch wieder der Witz. Ich bin kein Zahlenvergleicher im Klassensinne. Ich habe mir mal so eine Lotto-Karte geholt und gehe im Prinzip dann immer Montags, Dienstag oder manchmal auch Mittwoch, Donnerstag zur Lotto-Stelle und tue mir den nächsten Schein ziehen. Ja. Und bei so einer Summe ist es so, dass man relativ schnell kontaktiert wird. Achso. In der Woche auch so gewesen. Achso, das heißt, die Lotte-Gesellschaft wird initiativ? Genau, die rufen bei dir an. Woher haben die deine Telefonnummer? Weil ich ja einen Schein habe, der nicht anonymisiert ist. Das hat es wohl vor Jahren, da mussten die Leute mal ihre Adresse draufschreiben, dann haben wir ein Telefonbuch und so weiter. Heute ist der ja anonym eigentlich, der Schein. Man kann aber auch eine sogenannte Online-Karte sich holen und dann hat man also auch eine Bankverbindung hinterlegt und alle anderen Daten bei denen. Und damit ist der Schein dann rein theoretisch auch zumindest einer Person zuortbar. Verstehe. So, dann hat dich also jemand angerufen? Genau, da hatte ich dann Montags früh relativ rasch. Was sagt dieser Mensch an der anderen Leitung dann? Ja, das machen sie psychologisch schon sehr gut. Der sagt natürlich nicht, sie haben eine Million gewonnen und man liegt dann quer in der Wohnung oder sonst was vielleicht. Die bereiten einen schön drauf vor. fragt also wirklich, wie oft man, man hätte also eine Karte und wie oft man so Lotto spielt. Also ein bisschen Smalltalk. Genau. Haben sie auch gut geschlafen heute Nacht. Ja, sie machen es aber nicht so. Das geht ja dann schon in die Richtung, dass man doch was gewonnen hat. Aber irgendwann fällt der Satz. Irgendwann kann man das dann auch. Man sagt, es würde gerne jemand mal vorbeikommen. Achso. Natürlich fragen sie auch, ob man die Zahlen schon verglichen hat. Ich denke, vielleicht der ein oder andere, wenn er das macht. Achso, die sagen am Telefon noch nicht die Höhe des Gewinns. Nein, nein. Dennoch, dieses Gespräch am Telefon, würde ich immer denken, das ist irgendeine Verarsche. Genau. Die geben einem auch die Chance, zurückzurufen. Achso. Sie sagen, wir würden sie auch gerne relativ rasch besuchen kommen, geht das heute oder so. So, jetzt hast du diesen Mann an der Strippe gehabt. Und der hat dir jetzt kryptisch da irgendwas gesagt, da könnte was sein. In dem Moment musst du doch elektrisiert gewesen sein. Nachdem du gemerkt hast, das war kein Fake, das Ganze. Ja, das hat mich schon sehr gejuckt. Wobei, es sind ja auch die Quoten noch nicht draußen dann am Montag. Das heißt, er kann dir auch die Höhe nicht unbedingt sagen. Wann kam der denn dann zu dir nach Hause? Ja, wir haben dann, weil ich an dem Montag wirklich relativ voll war und dann auch sagte, komm, dann warten wir auch wirklich die eine Nacht noch ab. Wir haben dann am nächsten Tag für nachmittags uns vereinbart gehabt. Hast du die Nacht schlafen können? Anders. Da hattest du aber schon gemutmaßt, das könnte schon viel Geld sein. Ja, das war mir schon klar, weil dann hatte ich ja die Zahlen verglichen. Und ich habe so einen Systemschein, das ist ein bisschen aufwendiger alles und habe aber mehrere Male getroffen. Deswegen kam es auch zu dieser Summe zusammen. Also das ist nicht so dieser klassische Sechser gewesen. Ah, verstehe. Also dann, wenn man System spielt, kommen dann häufiger dann so Fünfer mit Zusatzzahl und solche Geschichten dazu. So, dann sagte der dir dann irgendwann an dem nächsten Tag, das sind jetzt also gut über eine Million Euro. Genau, genau. Was geht da in einem vor? Da sitzt ein Mann einem gegenüber und sagt, Sie sind jetzt ein super Sinnmillionär. Ja, man sitzt wie in einer Blase. Das ist so, man will sich kneifen und sagt, hoffentlich wache ich nicht gleich auf oder es klingelt der Wecker oder so Geschichten. Man ist da schon, sage ich mal, wie so ein bisschen betrunken oder ähnliches in der Richtung. Geben die dann gleich irgendwelche Ratschläge, was man damit machen kann oder zieht der dann einfach ab? Nein, nein, die haben schon, die bieten an, dass sie einem da Kontakte nennen können und so weiter. Leute selber dürfen die das im Prinzip so nicht, wie ich das verstanden habe, was ja auch richtig ist. Das ist ja eine staatliche Gesellschaft, aber geben einem schon die Möglichkeit, da entsprechende Kontakte zu machen. Sagen, machen Sie das auch mit Ihrer Hausbank, aber gehen Sie nicht an den Schalter und sagen, ich habe eine Million gewonnen, sondern versuchen Sie das schon über einen Filialleiter anzulegen oder fragen halt auch, wie es aussieht, ob man schon selber Leute hat, die da einem in so einem Falle auch durchaus positiv weiterhelfen können. Irgendwann ging dieser Mann dann nach Hause. Das heißt, er hat deine Wohnung verlassen. Wen hast du zuerst angerufen? Ich habe davon nicht vielen was gesagt. Ich will dazu sagen, ich bin allein lebend. Noch oder immer oder wie auch immer. Nein, das kann sich auch irgendwann ändern. Aber im Prinzip weiß es wirklich nur die engste Familie. Hattest du denen das vorher schon erzählt, bevor der Lottomann kam oder erst als der dann da war? Nein, da habe ich mir dann ein bisschen Zeit gelassen. Ich habe Eltern und auch Geschwister. Aber die wissen Bescheid. Eltern und Geschwister wissen Bescheid. Genau. Haben die ein bisschen was abbekommen von dem Geld? Die haben auch entsprechend was abbekommen, wobei eigentlich auch die sagen, lass es liegen, lass es arbeiten, das ist dein Geld. Das sieht so an, als ob du einen super Kundenauftrag hattest und da eine Menge hängen geblieben ist. Und dann würden wir da auch nichts von abhaben wollen. Ist denn die Familie relativ wohlhabend, dass sie es gar nicht so nötig hat? Wohlhabend nicht, aber man kommt über die Runden. Also es hat sich, muss ich so sagen, es hat sich dieses Jahr etwas geändert. Einer meiner Geschwistern geht es nicht gut und der stand also wirklich auch letztens auf der Matte und sagte, ich habe ein Problem. Und das tat mir also so leid für den, weil ich sah, was in ihm vorging. Der wollte nicht hier abkassieren kommen und so weiter, sondern der wusste keinen Ausweg mehr. Und da habe ich ihm natürlich dann jetzt auch erstmal zinslos, logischerweise und auch ohne Frist, Geld geliehen. Wie viel, wenn ich fragen darf? Das waren 2.500 Euro. Ah, die kannst du dir nur schenken, die musst du ja nicht leihen. Natürlich, er will es ja nicht geschenkt haben. Ah, er will es nicht geschenkt haben, ja. Wie lange dauert das dann, nee, oder wie, nicht, ja doch, wie lange dauert das, bis man dann das Geld auch auf dem Konto hat? Nachdem der Mann dir das gesagt hatte. Da müsste ich jetzt überlegen, das ist so in der folgenden Woche quasi passiert, ja. Und man kriegt voller Kanne dann das ganze Geld auf dein Konto überwiesen. Ja, da kann man natürlich mehr regeln. Das Problem ist natürlich, jetzt kommt dann der liebe Gesetzgeber, der will das natürlich nicht in Tranchen haben und so weiter. Das muss eigentlich schon an ein Konto gehen, aber man leitet das dann natürlich sofort weiter. Ist das eigentlich steuerfrei oder muss man das versteuern? Nee, man muss dann nach einem Jahr, wenn man es nicht entsprechend investiert hat, muss man dann auch anteilig steuern. Achso, aber immerhin ein Jahr kann man sich Zeit lassen. Genau, auf dem verbleibenden Weg. Hast du dir einen besonderen materiellen Wunsch jetzt im Laufe des Jahres schon erfüllt? Ich habe mir einen, ja, ob es ein materieller Wunsch ist, kann ich nicht sagen. Ich wohne in einem Zweifamilienhaus oder Parteienhaus und habe das meinem Vermieter abgekauft. Achso. Das hatte ich irgendwie sowieso immer mal vor, weil es mir so gefällt und es ist relativ bescheiden und nicht auffällig und gar nichts. Und das ging auch so einfach? Der war sogar, das passte dann auch wieder, war wirklich so in der Idee, es irgendwann wegzukriegen, weil er älter ist und so weiter und sagt, ach, das ärgert ihn alle so mit dem Staat, also wir als Mieter sind zwar super, sagt er, aber was da alles so an Arbeit dran hängt. Ist das hier eine solide Anlage? Hast du dir auch was Luxuriöses gegönnt, wo du sagst, das mache ich jetzt einfach mal? Das finde ich toll. Ein tolles Auto zum Beispiel. Nee, im Gottes Willen. Das sind so Sachen, nämlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, von meiner Einstellung her, finde ich, muss man es nicht zeigen, wenn man es hat. Und man muss es eigentlich auch nicht, ja, darauf ankommen lassen. Weil wenn ich mit dem dicken Auto wo rumfahre, dann erzeuge ich ja Neid. Das ist ja auch nicht nötig. Ich habe das Auto zwar dann mal richtig durchchecken lassen, die Bremsen neu gemacht und sowas und dann, man kauft natürlich jetzt auch schneller mal einen Satz Reifen oder so Geschichte. Ist klar. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl wahrscheinlich. Genau, genau. Weil ich denke mal, mit 37 ist man noch nicht ganz durch. Nun habe ich von der Lebenseinstellung, ich bin vor circa vier Jahren auch mal lebensbedrohlich krank gewesen. Ich hatte beide Halsschlagadern dicht und bin da auch operiert worden dran. Und habe ich auch eine ganz andere Einstellung zum Materialismus da bekommen über diese Zeit. Und deswegen denke ich mir auch, klar, natürlich passiert es dann schon mal, wenn man essen geht oder sowas, dass man da nicht mehr so drüber nachdenkt eigentlich. Aber ich merke schon, dass du doch sehr bedacht mit der ganzen Sache umgehst. Du hättest ja auch sagen können, jetzt fahre ich mal einmal, mache einen super luxuriösen Urlaub in Rio de Janeiro. Ich bin ein absoluter Köln-Fan. Wobei, weil ich gar nicht auch, wer das gesagt hat, dass ich aus Köln komme. Nee, noch nicht. Aber ich mache mir keine Sorgen bei dir, dass du das Geld irgendwie verprasst. Das glaube ich nicht. Das ist alles sehr solide. Und du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du auch weiter deinem Job nachgehst und arbeitest. Genau. Weil Selbstständigkeit ist natürlich auch in der jetzigen Zeit in Deutschland nicht gut. Aber wenn man es probiert, kann es auch gut laufen. Auch da könnte man ja sagen, Mensch, der Stefan hat jetzt so viel Kohle, der könnte die Beine hochlegen und einfach den Tag genießen. Da bin ich nicht der Typ. Das habe ich danach mal drei, vier Tage gemacht. Und dann kommt man natürlich schon in so eine kleine Phase rein und sagt sich, so eine Selbstfindung nenne ich das mal, und sagt sich, was macht man hier eigentlich, warum ist man hier und so weiter und dieses. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass das Einschalten vom Fernsehen und die Beine hochlegen es nicht alleine sein kann. Nee, mit sich auch nicht. Zwar um ein Uhr macht es mal Sinn, aber... Wir hatten ja gerade schon mal das Thema mit den anderen Anrufern. Gab es für dich die Überlegung, oder vielleicht hast du es sogar schon getan, dass du dir überlegt hast, ich habe jetzt so viel Glück gehabt, jetzt sollen andere auch ein bisschen daran teilhaben, ich spende auch einen Teil des Geldes und tue was Gutes dafür. Ja, das habe ich auch gemacht, aber auch im Kleinen. Also ich gehe beispielsweise auch ab und zu mal im Gottesdienst und dann ist natürlich schon mal ein größerer Schein drin, sodass keiner sieht. Und sonst, vom Spenden her mache ich es aber auch so, in dem, wo ich mir denke, wie andere spenden würden, wenn ich spende. Wobei das ist, bei Spenden habe ich immer auch so ein bisschen Problemchen, da muss mir die Gesellschaft auch passen. Ja, mir auch, das sehe ich auch so. Genau, so ein bisschen, also wenn einer mit der Spardose rumrennt und so weiter, da bin ich sogar manchmal viel schneller dran, weil das das Persönliche ist, aber wenn jetzt so ein Spendenkonto im Fernsehen steht und da ist irgendeine Institution hinter, da denke ich mir immer, mein Gott, die verbraten doch 80% für ihre, was weiß ich, Räumlichkeiten, die wir da anmieten. Darf ich eine Mutmaßung äußern? Ja. Ich vermute, dass du vor dem Lotto-Gewinn auch schon jemand warst, der sehr gut mit Geld umgehen konnte. Ich hatte nie so viel, aber ich kam immer über die Runden, sagen wir es mal so. Genau, genau. Ich habe es also schon wohlbedacht eingesetzt, aber wie gesagt, durch die Selbstständigkeit weiß man auch manchmal, was weiß zwei Monate gar nicht unbedingt zu wissen, wie es im dritten Monat aussieht. Also Stefan, ich wünsche dir, dass dir dieses viele, viele Geld, was du gewonnen hast, Glück bringt und dass du vielleicht auch anderen Leuten etwas Gutes damit tun kannst und ja, dass es keine Schatten auf dein Leben werfen wird. Das ist sehr nett. Mir ist wichtig, anderen zu sagen, man muss Mut haben, nicht auf den Riesen-Lotto gewinnen, aber dass es einfach irgendwie weitergeht. Egal, was kommt und wenn es dann manchmal nicht der Lotto-Gewinn ist, dann kann es auch andere Dinge geben, die einen weiterbringen. Danke für deinen Anruf, Stefan. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, an dieser Stelle möchte ich euch auf meinen Promi-Talk hinweisen. Am Samstag, am Samstag haben wir sehr ungewöhnlichen Besuch. Zwei ganz dicke Männer kommen zu mir, wohingegen der eine eigentlich gar nicht mehr so ganz dick ist im Moment, weil er sehr viel abgenommen hat, nämlich die Wildecker Herzbuben. Das sind meine Gäste. Ihr kennt Herzelein, kennen alle. Und wenn ihr gerne mit den Wildecker Herzbuben sprechen wollt während der Sendung, dann könnt ihr eine Stunde vorher anrufen oder euch per Mail, ihr kennt das Spiel ja, per Mail auch natürlich heute beispielsweise schon melden und die Mail versehen mit Telefonnummer und kurzer Frage. Die Wildecker Herzbuben, meine Promi-Gäste Samstagabend im WDR Fernsehen. Hier ist Jochen und Jochen ist 51 Jahre alt. Hallo Jochen. Guten Abend, Domi. Ja, schönen guten Abend. Ja, erstmal herzlichen Kompliment für deine Sendung, die ich also mit Begeisterung seit Jahrzehnten eigentlich schon habe. Seit Jahrzehnten, also ganz, so lange sind wir noch nicht da. Naja, aber ein Jahrzehnt ist es so. Ja, ein Jahrzehnt, ja, absolut. Ja, das sind wir jetzt. Ja. Ich bin gespannt, bist du ein reicher Mann? Ja, das ist alles relativ, aber ich denke, ich kann mich dazu zählen. Ja. Wie Vermögen bist du? Ja, es ist schwer zu sagen, denn man hat das Vermögen ja nicht im Bargeld, in einer Form vorliegen, sondern das ist ein Teil in einem Unternehmen und ein anderer Teil in Immobilien und ein Teil ist halt im Barvermögen. Also ungefähr Drittel, Drittel, Drittel. Ja. Aber in der Größenordnung rund 10 Millionen Euro. 10 Millionen Euro. Das ist eine stattliche Summe. Ja, wie gesagt, das kann aber auch, wenn du es dir vorstellt, Immobilien sind das Wert, was ein Käufer zahlt. Ja, klar. Das Unternehmen ist auch nur das Wert, was auch wiederum ein entsprechender Interessent zahlt und in schlechten Zeiten ist alles nicht. Führst du dieses Unternehmen auch? Ja, das ist auch die Quelle meines Vermögens. Ich habe mit nichts angefangen, also mit wirklich null, ohne elterliche Vermögen oder irgendetwas. Das heißt, du hast dir dieses alles selbst aufgebaut. Wie alt warst du, als du angefangen hast? 28. 28. In welchem Bereich bist du tätig? Ingenieurwesen. Ingenieurwesen, ja. Relativ solide Branche, ohne allzu viel Vision und Kockerei. Einfach relativ harte Arbeit, aber eben in den richtigen Märkten die richtigen Produktlösungen halt anbieten und eben entsprechend viel Arbeit. Viel Arbeit? Also erst mal mit nichts angefangen und viel Arbeit. Wie viele Stunden? Man kann sagen, die ersten 20 Jahre gab es auch keinen Urlaub und also Verzicht war eigentlich das Normale. Und deswegen möchte ich eigentlich auch heute eine Lanze eigentlich für die Leute brechen, die vermögend sind. Das heißt, dass von außen sieht das ja so aus, als ob man da wirklich im Geld schwimmt. Das ist faktisch ja nicht der Fall. Man lebt seinen Lebensstil und den lebe ich seit 30 Jahren. Ich habe das eigentlich nicht wesentlich verändert. Und früher habe ich wirklich Probleme gehabt, manchmal die Miete zu zahlen. Wie ist denn dein Lebensstil jetzt zur Zeit? Ja, der ist natürlich schon in der Form. Man muss die Äußerlichkeiten unterscheiden von dem wirklichen Lebensstil. Lebensstil heißt genießen, essen, bestimmte Vergnügungen oder bestimmte Wahrnehmungen, die einem Spaß machen. Und die ändern sich eigentlich nicht. Ich brauche also keine Yacht oder keinen, sagen wir mal, irgendwelchen Superluxus. Aber du lebst wahrscheinlich in einem sehr großen, geäumigen, schönen Haus. Ja, ich lebe alleine auf 700 Quadratmetern. Alleine? Ja. Also ohne Familie? Ja, das hat sich erledigt natürlich über die Laufe der Jahre. Das heißt, gab es mal eine Familie? Über zwei, ja. Gibt es Kinder auch? Ja. Ja, das heißt, die Arbeit und der Beruf und die Firma haben das aufgefressen. Kann man das sagen? Die Beziehung? Zum Teil, ja. Es ist einfach so, guck mal, mit jungen Jahren geht man eine Beziehung ein und dann verändert man sich logischerweise. Als junger Mensch mit 20 hat man andere Visionen, andere Werte, andere Lebensvorstellungen, als man sie dann mit 30, 40 und 50 nachher hat. Und vor allem, wenn man ständig dann durch die Welt reist und sehr viel natürlich... Bedauerst du das heute? Du sitzt in 700 Quadratmetern, hast allen Luxus, den du dir wünschst, aber du hast keine Frau? Du hast keine Liebe? Das kann man so auch nicht sagen. Also ich habe natürlich eine Beziehung. Achso, du hast eine Beziehung. Aber natürlich habe ich zwei Familien geopfert, wenn man so das in Anführungszeichen sagen kann. War es das wert? Eigentlich nein. Nein. Aber die Frage stellt sich in dem Rahmen, in der Situation eigentlich nicht. Denn auf der anderen Seite kämpft man ums Überleben. Das ist ja existenziell. Aber du könntest, du bist doch jetzt auch wiederum in der luxuriösen Situation, vermute ich mal, dass du alles im Moment jetzt verkaufen könntest. Nein, das eben nicht. Das kannst du nicht. Das ist ein Irrtum. Das denkt man immer so. Das ist aber nicht der Fall. Guck mal, ein Unternehmen, es würde niemand mein Unternehmen kaufen ohne mich selbst. Das heißt, in einer mittelständischen Struktur, es ist nicht wie bei einer Aktiengesellschaft, dass man einfach beliebig den Wert des Unternehmens beziffert, sondern es ist in der Regel der Eigner immer eine Person, die am Geschäft einen erheblichen Anteil hat. Das heißt, du bist quasi auch gefangen in deinem eigenen Erfolg. Ja, man ist eben nicht frei. Man ist eben nicht so, dass Geld frei macht. Der wirkliche Reichtum ist nicht das Vermögen und nicht der Pekuniäre wert, sondern der wirkliche Reichtum ist eigentlich der Genuss, dass man persönlich in der Lage ist zu genießen. Und da haben Menschen, die möglicherweise wesentlich weniger Vermögen haben, wesentlich mehr Freiheit. Was genießt du denn gern? Eine gute Zigarre, ein gutes Glas Rotwein, eine nette Unterhaltung, die ganz banalen Dinge. Das ist bescheiden, das können auch ganz... Ja, ich sage, das ist nichts, was einen besonderen Wert hat und ich bin heute noch so, dass ich, obwohl ich es mir leisten kann, die teuersten Weine zu trinken, ich weigere mich mehr als 10 Euro für einen guten Rotwein auszugeben, wenn ich ihn ab Winzergut kaufe. Weil das einfach nach meinem Verhältnismaßstab zu teuer war. Was geht in dir vor? Das frage ich mich oft, wenn ich so, wenn ich Fernsehen gucke. Dann denke ich oft, was mögen Menschen... Vor kurzem wurden die reichsten Leute Deutschlands präsentiert. Ja. Darunter, oder an der Spitze sind die Aldi. Die Brüder Aldi, ja. Mit 15 Milliarden Euro Vermögen, was man sich... Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich gehe auch beim Aldi einkaufen, Jürgen. Das auch. Und das ist definitiv so. Man schaut genau so auf das Geld und ich weigere mich, was weiß ich, für einen Liter Milch mehr als 59 Cent zu bezahlen oder so. Lass mich trotzdem fragen. Was geht in sehr reichen Leuten vor? Und die Frage kann ich dann auch gleich an dich weiterstellen. Wenn man im Fernsehen ganz viel Leid und ganz viel Elend sieht in der dritten Welt und man weiß, dass man eigentlich mit sehr wenig Geld, mit ein paar hundert Euro, ein Kind über viele Jahre oder über ein Jahr ernähren kann. Jürgen, du sprichst da mit dem Richtigen. Ich bin fast ständig unterwegs, bin in fast nur sogenannten Emerging Countries. Also China ist da schon der Luxus. Und kenne das aus eigenem Ansehen. Ich habe jahrelang im Ausland gelebt. Habe also auch Firmen geführt in Mexiko zum Beispiel, im Norden Mexiko. Engagierst du dich sozial? In dem Sinne, dass ich etwas für die lokale Bevölkerung tue, auf jeden Fall. Ich habe also Kindergärten gestiftet. Ich habe mich lokal in diesen Gesellschaften, in die Gesellschaft eingebracht. Wenn man dort Arbeitgeber ist, muss man sich auch natürlich der Verpflichtung stellen, der Gesellschaft in irgendeiner Form etwas zu geben, weil man auch etwas benutzt von der Gesellschaft. Aber es geht natürlich nicht so, dass ich jetzt sage, ich setze mein Vermögen darin ein. Denn ich habe ganz klar, wie gesagt, das Geld, was mir verfügbar ist, ist gebunden auch wiederum in einem Unternehmen. Ist klar, das ganze Vermögen meinte ich auch nicht. Und das ist nicht an Arbeitsplätze. Und das ist auch nötig, gerade in der heutigen Zeit. Also ich bin der Letzte, der den privaten Konsum hochschraubt, ohne da die Verantwortung und die Konsequenzen daraus. Könntest du es formulieren, so für dich zumindest, kann man ja wahrscheinlich immer nur persönlich sagen, was für eine Verpflichtung aus Vermögen und aus Reichtum erwächst für dich? Also die Verpflichtung ist massiv höher, als man das gemeinhin wahrnimmt. Und es ist normalerweise so, wie gesagt, das ist ja nicht von alleine entstanden, sondern es steht ja dahinter eine Gruppe von Menschen, die mit dafür gearbeitet haben. Und für die hat man soziale Verantwortung. Da hängen ja immer Familien dran. Das sind ja nicht nur die einzelnen Arbeitnehmer, sondern eine ganze Gruppe von Menschen. Und ich habe jahrelang auch mal für eine sehr große Gruppe gearbeitet, verantwortlich, wo 30.000 Familien dran hängen. Da stellt sich die Frage nach den paar Mark, die jetzt im übertriebenen Sinne, die man selber im Privatvermögen hat, überhaupt nicht. Da geht es darum, dass man eine Leistung bringt und dass diese Leistung den Menschen, die einem vertrauen, und das sind in dem Falle die Mitarbeiter, zugutekommen. Was ist für dich Glück? Oh, ja, was ist für mich Glück, ist eine sehr persönliche, private Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich also in einem mich ansprechenden Ambiente bin, das kann, was weiß ich, auf einem Berg sein, morgens der Sonnenaufgang, das kann eine beliebige Situation mit einem anderen Menschen sein. Das würde ich als Glück bezeichnen oder mit meinen Kindern zusammen. Wovon träumst du? Was ist deine Sehnsucht? Das frage ich jemanden, der materiell alles hat. Eben, also meine Träume, soweit ich sie habe, erfülle ich mir. Ich habe mir zum Beispiel ein altes Auto gekauft, was ich als Jugendkindertraum hatte, das wirst du sicher noch kennen, den roten Jaguar E von Jerry Cotton. Aber hallo, aber hallo. Das habe ich zufällig mal irgendwo in der Zeitung gelesen. In meinem Autoquartett war das immer drin. Bitte? Ich sage, in meinem Autoquartett als Kind war das immer drin. Genau, genau, war immer der Schnelltraum. Genau, ganz genau, ja. Den hast du gekauft? Den habe ich mir gekauft im Baujahr 1966 und das war so ein Traum, den ich mir dann erfüllt habe. Aber eben, ich träume relativ wenig, sondern wenn ich dann wirklich mal ein Bedürfnis in dieser Art habe, das erfülle ich mir dann. Aber letzten Endes ist das natürlich nichts, was einen wirklich glücklich macht. Das ist einfach wie andere sagen, ich kaufe mir neue Kleidung, was ich halt wiederum nicht tue oder wenig tue. Wie verarbeitest du eigentlich im Moment noch pro Woche oder pro Tag? Wie viele Stunden? Kann man schlecht sagen, aber das werden sicher 50 Stunden die Woche sein. 50 Stunden die Woche. Ja, vor allem gibt es halt im Prinzip kein Anfang und kein Ende, sondern da das International ist, geht es auch nachts. Und es ist, also es gibt praktisch, man kann nicht sagen, man hat jetzt Feierabend. Das ist eigentlich ein Begriff, den man mit der Zeit abschafft. Das glaube ich auch. Wenn man so einen Riesenapparat um sich herum hat, hat man den immer im Kopf. Immer. Ja, man kann sich davon nicht lösen und das wird zum Teil der Persönlichkeit. Und das ist das, was natürlich nachher auch Beziehungen gefährdet. Weil man einfach aus dieser, ich will nicht sagen Tretmühle, aber auch einfach aus dieser Situation nicht einfach so ausbrechen kann. Du bist ja erst 51 Jahre alt. Naja. Na gut, ich sage es mal so. Was ist dein Wunsch? Wo möchtest du in 10 Jahren, wenn du 60, wenn du 65 bist, sein? Und was möchtest du tun? Genau das gleiche, was ich heute tue und ich hoffe, dass ich eben auch in den wirklich wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir global haben und das wird von vielen Seiten massiv unterschätzt, in welchen Problemen wir da sind, dass wir diese Situation bewältigen können, dass wir hier den Standort Deutschland in dem Sinne auch weiterhin profitabel erhalten können und nicht zur Provinz werden. Und dass wir, das meine ich jetzt in der Gruppe der Menschen, für die ich mit Verantwortung trage, eben weiterhin erfolgreich unser Leben, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Denn dann fragt man sich, was mache ich dann? Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben und wünsche dir...